Ich habe es noch nie gehört. Das ist super komisch. Das ist neu. Voll komisch. Hallo, heute werde ich euch ein bisschen Spanisch zeigen, aber nicht so, wie ihr es glaubt. Denn, wie ihr vielleicht wisst, ich wurde zweisprachig aufgewachsen. Also ich spreche Deutsch und Spanisch. Und ich sage euch mal, es gibt vom Spanischen verschiedene Versionen. Weil es kommt darauf an, von welchem spanischen Land man kommt, hat eine Frucht oder ein Ding eine andere Bedeutung oder ein anderes Wort dafür. Und ich habe die Version gelernt, die mir meine Mama von Geburt an gezeigt hat. Und zwar, das ist so die kolumbianische, venezolanische Art und auch ein bisschen mexikanisch, weil ich gucke viel mexikanisches Fernsehen und deswegen kannte ich es auch ein bisschen. Aber wir werden heute gucken, wie diese Wörter, die ich auf Spanisch gelernt habe, in anderen spanischen Ländern heißen. Und dann denke ich mal, ohne weiter hinzureden, werden wir mal starten. Fangen wir direkt an. Ich habe eine Liste. Und zwar fangen wir gleich an mit dem Wort Avocado. Avocado. Also ich habe es auf Spanisch gelernt, dass es Aguacate heißt. Es hat schon Ähnlichkeit. Man kann es verstehen. Man kann, ich glaube, ja, es ist verständlich. So wird es genannt in Spanien, Guatemala, El Salvador, Colombien und Venezuela. Und auch in Puerto Rico. Aber es wird auch Palta genannt. Palta habe ich auch schon gehört. Sehr oft eigentlich. Und dieses Palta wird in Chile, Peru, Uruguay, Bolivien und Argentinien verwendet. Also das sieht man schon. Also in einem anderen Land kann es dann anders heißen. Und man kann es vielleicht in einem anderen Land nicht mit Aguacate verstehen oder so. Kompliziert. Okay, nächstes Wort. Rock. Rock heißt auf Spanisch, so wie ich es gelernt habe, Falda. Und so wird es genannt in Spanien, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Dominikanische Republik und Venezuela. Also in ganz schön vielen Ländern. Aber es wird zum Beispiel Vestido in Chile genannt. Das ist jetzt sehr komisch für mich, weil Vestido heißt für mich Kleid. Aber in Chile heißt es nur Rock. Das kann verwirkend sein. Okay, das kann echt verwirkend sein. Ich habe jetzt so gelernt, dass Falda Rock ist und Vestido Kleid. Rock heißt aber auch in Argentinien, Uruguay, Paraguay, Peru und Bolivien. Pollera. Das ist super komisch. Das ist super komisch, was ganz Neues. Sowas habe ich noch nie gehört. Das ist neu. Habe ich noch nie gehört oder gelesen oder sowas. Ich könnte damit jetzt wirklich gar nichts anfangen. Aber für euch so als Nebeninfo. In Kolumbien, Costa Rica, Ecuador und Mexiko heißt es Enaguas. Enaguas. Obwohl ich viel Mexikanisch kann und gelernt habe, habe ich dieses Wort nie gehört. Und das Verdrückte ist, dass Agua heißt Wasser auf Spanisch. Und wenn Enaguas Rock heißt, das ist ein bisschen verwirkend. Okay, ein bisschen komisch für mich sowas zu lernen. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ein Deutsch kann, man kann sein Deutsch, man hat das gelernt. Und dann merkt man, dass es verschiedene Arten von Deutsch gibt und dass irgendwas was anderes heißt und so weiter. Das ist dann voll verwirrend für einen. Und in Kuba heißt Rock Sadia. Das klingt für mich ein bisschen wie eine Soße. Ich weiß nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Kommen wir zum nächsten Wort. Und zwar Strohhalm. Strohhalm. Strohhalm habe ich gelernt, dass es Pitillo heißt. Und Pitillo wird es genannt nur in Kolumbien und Venezuela. So habe ich es gelernt. In Chile und Bolivien heißt Strohhalm Bombilla. Ich habe es noch nie gehört. Heißt es wirklich Bombilla? Ich sage euch, ich habe all diese Informationen vom Internet rausgeholt. Also es kann sein, dass die eine oder andere Sache vielleicht doch nicht ganz stimmt. Aber wie es im Internet steht, wird es in Chile und Bolivien Bombilla genannt. Und daraus kann man eigentlich sowas wie Bombe herausschließen oder so. Voll komisch. In Peru und Andalusia heißt es Canita. Habe ich noch nie gehört. Was ganz Neues. In Panamá Carrizo. In Spanien heißt es Pajita. Ich kenne das Wort Paja auf Spanisch. Und das heißt Streu. Und deswegen ist es auch ziemlich komisch für mich. Aber okay. In Kuba heißt es Absolvente. Ich kann es irgendwie verstehen, dass es so heißt. Aber ich habe es noch nie gehört. In Mexiko heißt es Popote. Ey, das ist... Heißt das wirklich Popote? Sicher? Ich bin... Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das klingt komisch. Also wenn man Deutsch kann, klingt das ziemlich komisch. Ich habe keine Ahnung. Also ich könnte mich jetzt nicht daran gewöhnen, es so zu nennen. Und in Ecuador und Argentinien heißt es Sorvete. Irgendwie kann ich es schon verstehen, aber ich habe es auch noch nie gehört. So kommen wir zum nächsten Wort und zwar Jacke. Das heißt auf Spanisch Chaqueta. So habe ich es gelernt. Hat eine ziemlich große Ähnlichkeit. Jacke, Chaqueta. Ich glaube man kann es schon verstehen. Aber Chaqueta heißt nur Jacke in Venezuela und Kolumbien. Und in Argentinien heißt es zum Beispiel Campera. Oder in Guatemala Chumpa. Oder in Mexiko Chamarra. Chamarra habe ich auch gelernt, ziemlich oft gehört, dank dem Fernsehen. Und vielleicht ein oder zweimal verwendet. Also verständlich für mich. Und in Peru und Chile heißt es Casaca. Auch noch nie gehört. Was ganz Neues für mich. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Wort Auto. Auto heißt auch in Chile Auto. Auto, Auto. Das ist einfach. Aber Auto heißt nur Auto in Chile. In Spanien oder Argentinien wird es Coche genannt. Habe ich auch gehört und auch manchmal verwendet. Ja, für mich auch ziemlich verständlich. Und in Venezuela wird es Caro genannt. Ich benutze 50% Auto, 50% Caro. Also manchmal sage ich so und manchmal so. Also es ist für mich ganz verständlich. Ich verstehe es und ich habe es auch verwendet. So, kommen wir zu Kind. Kind heißt auf Spanisch, so wie ich es gelernt habe, Niño. Und in Spanien hat es viele Bedeutungen. Dort heißt es Nene oder Crio oder Chico. Also Chico ist für mich komisch, weil Chico verstehe ich ein Jugendlicher oder ein Junge oder so. Das ist dann ziemlich komisch für mich zu sagen, Chico, dass Chico ein Kind ist. Total verwirrend. Und in Spanien heißt es immer noch auch Chiquitines und Enanos. Enanos ist für mich auch sehr verständlich, denn Enanos ist für mich Zwerg oder Zwerge. Also das kann ich auch noch ganz gut verstehen. In Mexiko heißt es Chavo, Chamaco oder Chimpayate. Ich habe es noch nie gehört, aber Chavo und Chamaco schon. In Nicaragua heißt es Muchacho. Für mich heißt Muchacho auch ein Junge, ein Jugendlicher. In Venezuela wird es Chamo, Chamito und Caricitos genannt. Okay, ein bisschen komisch. Chamo habe ich auch schon verwendet, kenne ich, habe ich auch öfters benutzt. Aber zum Beispiel Caricitos. Ein langes Wort und ich habe es noch nie gehört. In Paraguay heißt es Nene, genauso wie in Spanien. In Argentinien vive. Noch nie gehört, noch nie gehört. In Kolombien heißt es Chino. Vielleicht könnt ihr daraus schließen China. China, China. Das ist für mich ziemlich komisch. Meine Mama hat immer Chino, Chino, Chino gesagt. Ich habe es so genommen, als wäre es ein Kind, wie ein Begriff für Kind. Aber ich habe nie gedacht, dass es wirklich in Kolombien auch Kind heißt. Also es ist für mich so komisch, das alles mitzukriegen. In Chile und Ecuador heißt es Wawas. Wir haben chilenische Freunde und die sagen es immer Wawas, Wawas. Und dann habe ich mich so daran gewöhnt. Vielleicht sage ich das auch irgendwann, so aus Versehen. Ich kenne es, ich habe es gehört. Also von daher verständlich für mich. Und in Panama heißt es Pelaitos. Habe ich auch noch nie gehört, aber es klingt ein bisschen komisch für mich. Also ich könnte mich jetzt nicht daran gewöhnen, dieses Wort zu benutzen. Ich kenne das Wort Pelado und das ist, wenn du eine Glatze hast. Also gar kein Haar hier oben auf dem Kopf. Und wenn du dann Pelaitos sagst als Kind, es klingt für mich ziemlich komisch, als würdest du sagen Mensch mit einer Glatze. So klingt das für mich, das ist super komisch. Ich könnte mich nicht daran gewöhnen, das zu sagen. Das war mir ein bisschen zu komisch. Kommen wir zum nächsten Wort. Banane. Banane heißt auf Spanisch, so wie ich es gelernt habe, Banana. Ziemlich neutral. Ich glaube, wir alle haben schon gehört und können daraus schließen, dass Banana auf Spanisch Banane heißt. In Nicaragua heißt es Banano. Okay, Banane, Banana, Banano. Banano habe ich noch nie gehört. Wusste ich gar nicht, dass es existiert. In Mexiko heißt es Platano. Das Wort verstehe ich. Ich habe es auch schon gehört. Das Ding ist halt, es gibt die Banane, die normale Frucht. Und dann gibt es die Banane, die die Kochbanane ist. Die man zuerst kocht und dann isst. Und ich habe gelernt, dass die Kochbanane Platano heißt. Aber in Mexiko und auch in Chile heißt Platano die normale Banane. Das ist so verwirrend und ich komme damit nicht klar. Okay, aber verständlich. Okay. In Costa Rica sagt man Banano amarillo. Amarillo heißt gelb. Also so gelbe Banane, verständlich, ja. In Venezuela heißt es Cambur. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Zu bekannt. Denn als ich ein kleines Kind war, habe ich nur Cambur gesagt. Es ist die einzige Form, die ich... Es ist das einzige, was ich zur Banane gesagt habe, Cambur. Ich habe nicht gewusst, dass es Banana gibt. Ich habe nur Cambur gesagt. Und dann irgendwann habe ich es auch so mitbekommen, dass es auch Banana heißt auf Spanisch. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, Banana zu sagen. Aber in sich, von Kind auf, habe ich immer nur Cambur gesagt. Jetzt kommen wir zur Kochbanane. Denn in Kolombien und in Venezuela heißt es Platano verde. Also sowas wie Kochbanane grün. Grüne Kochbanane. Verständlich. Aber es ist jetzt so komisch für mich, weil in manchen Ländern heißt Platano die ganz normale Banane und in manchen Ländern heißt es die Kochbanane. Da muss man so viel lernen. Also Spanisch ist doch gar nicht so einfach. Ein bisschen kompliziert. Es gibt auch noch andere Arten, Kochbanane zu sagen. Zum Beispiel Maduro, Verde, Guineo. Ich weiß nicht, in welchen Ländern man das so sagt. Aber es gibt auch diese Versionen. Aber das waren jetzt alle Wörter. Das war jetzt ziemlich kompliziert für mich. Erstmal auf Deutsch sagen. Dann die Version, die ich kenne. Und dann noch sagen, in welchen Ländern es wie noch anders heißt. Ich glaube, das ist für euch auch ziemlich verwirrend. Denn wenn ihr zum Beispiel Spanisch lernen wollt, dann fragt ihr euch, welche Version vom Spanisch soll ich lernen? Also in sich ist das Spanisch gleich. Aber ein paar Wörter heißen in jedem Land ein bisschen anders. Aber es gibt halt, man spricht ein Spanisch, es sind nur verschiedene Wörter, ein paar Wörter, die anders heißen. Also jetzt nicht denken, es sind verschiedene Sprachen. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr gefallen, hier herauszufinden, wie man sonst noch ein paar Wörter nennt. Und ich hoffe, ihr konntet auch noch ein bisschen mehr Spanisch lernen, obwohl es etwas kompliziert war. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!